Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, es ist ein Wahnsinn, also ich hätte nie mit ihm gerechnet. Ich bin halt hergefahren, weil es mir Spaß macht und weil ich halt mit da auch wollte noch. Und das ist jetzt der erste Platz wert, hätte ich mir nie gedacht. Für den Handel ist es sicher vom Vorteil, auch wenn man das in die Bewerbungsmappen oder so geben kann, klingt sicher gut um, auch bei den ganzen Unternehmen und so. Auf jeden Fall freue ich mich auf das und ich hoffe natürlich, dass es auch wieder so gut geht und es so gut läuft. Und dann schauen wir, was rauskommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017